Aloha, meine Lieben! Herzlich Willkommen zurück auf Sky, denn der Raccoon-Play ist heute da. Yay! Yay! Hallo! So, und wir sind auf dem Weg drüben in den Nether, weil wir haben nämlich was Schönes vor heute. Erzähl mal. Also, wir werden den Wither töten. Wir werden den Wither töten. Wir haben uns ja in den letzten beiden Folgen, glaube ich, zwei Folgen waren es, haben uns ja bereit gemacht, so quasi. Wir haben uns Eisenrüstung gecraftet, wir haben uns die neuen Diamanten gecraftet, die wir dazu brauchen, um die Wither-Skelettschädel von dem Gnollbos zu kriegen. Komm rüber! Und wir haben uns Obsidian gemacht. Ich bin schon drüben. So, dann, wo wollen wir denn? Hier so mittig, oder? Guck mal, da ist so ein böses Vieh. Da? So, wir müssen jetzt auf jeden Fall dann was freilassen. Ein Down-Door machen wir so hin. Ein Down-Door. Ja, okay. Wie groß muss denn das sein? Wir versuchen das jetzt einfach mal. Wir wussten nämlich nicht, ob das funktioniert überhaupt. Ich glaube, die Obsidian reichen nicht, die du hast. Ne, ich glaube auch. Müssen ja eigentlich, äh, müssen ja nicht alles Obsidian sein. Nein, nein. Oder mach doch einfach noch ein bisschen mehr. Wir haben noch drüben ohne Ende Zeug. Geh du mal eben rüber. Ich habe noch keine Erlaubnis. Ah, okay. Ja, dann gehe ich eben. Okay. Äh, hier. Stell schon mal auf, weil ich meine. Aber bitte. Ach, ich habe die, ich habe die, ich habe die Wither-Köpfe. Alles gut, alles gut. So, ich gehe da nochmal eben schnell rüber. Und hole noch ein bisschen Obsidian. Wir wissen also noch nicht. Guck mal da oben, die Spinnis, äh, vier Stück. Boah, die sehen ja gruselig aus, ey. Ähm, wir wissen allerdings noch nicht, ob das überhaupt funktionieren wird, ne. Also wir wollen es natürlich jetzt einfach machen mit dem Wither. Äh, weil wir, glaube ich, auch schon genug, äh, Theater mit dem Ender-Dragon haben werden. Zu zweit. Ich habe den auch schon alleine gekillt. Also so ist das nicht. Aber wir werden es jetzt einfach mal versuchen. Ich werde jetzt nochmal so viel Obsidian machen mit einem ganzen Stack Holz. So, dafür brauche ich erst diesen hier. Ach, immer wieder schön in meine kleine Essenzialkammer zu kommen, ne. So. Ne, erstmal Holz. Äh, da. Sehr gut. So, dann mache ich das so. Und zack, da ist Obsidian. Das kann man eigentlich noch so damit machen. Oh, mit Obsidian kann man auch Eisen herstellen. Ja. Das heißt also, ich kann mir aus Holz Dias craften. Wie? Ach so. Ja, eigentlich schon. Ich kann mir aus Holz... Ein? Ja, aus Holz, Obsidian. Aus Obsidian, ähm, Eisen. Aus Eisengold. Yo, aber nur eins, Mama. Ja, und? Genauso wie aus Clay. Und Clay macht man aus Cobble. Okay. Also könnte ich mir auch aus Cobble... Nee, Clay macht man gar nicht aus Cobble. Aber... Nee, Clay macht man aus, äh, Dingens. Aus, äh, Sand. Sandstein. Sandstein macht man wohl. Nee, aus Sandstein macht man Clay. Mit Saumkraft. Ah. Da bin ich. Was machst du denn? Warum hast denn du den... Der ist doch gar nicht richtig so. Ich wollte den Scheinchen machen, aber... Ich kann ihn leider nicht, weil das hier anderthalb Blöcke sind, wegen hier halb. Hast du Stein? Ah, gib mir die mal bitte. Ich brauch die mal eben. Die Soße. Ja. Du kannst dich nicht hochbauen, ne? Warum? Weil die Halbstufen sind. Ah, dann geh ich mir mal da vorne eben... Oh Gott, hier ist wieder ein Böses. Da. Also musst du erst rund auf... ...aufbauen. Ah, kannst du die mal töten? Töte dich mit dem Bogen. Au. Die ist auf mich heiß. Hilfe. Hey, lass mich doch in Ruhe. Ja, na, ich mach sie. Ich mach sie. Nicht. Okay. So beschützt du deine Mutter. Ja. Au. Meierbild. Ne. Doch. Nein. Doch. Trottel. So. So müsste das eigentlich reichen, oder? So, ich mach dann jetzt mal eben hier diesen. Und... Wir spawnen zwei Wither. Nein. Wir spawnen nicht zwei Wither. Aua. Schon wieder. Hilfe. Die ist zum Glück schnell explodiert. Menschenskinder. Kika, ich explodiere für dich. Du bist einer, ey. Ja, ich hab's faulgt hinter den Ohren. Ja, ja. So, reichen denn drei hoch, ja, ne? Ähm... Nee, ich glaub nicht. Komm, wir versuchen das jetzt einfach mal. Ich hab... Kann nicht noch mehr holen jetzt. Bei meinen Frauen kann es sein, dass wir sich durch die Wand wachsen. Dann haben wir Problem. Ja, dann müssen wir den hier irgendwie vernichten. Bei allem, also hier, weil du die auf der dritten Höhe... Ach, egal. Soll ich dir mal was sagen? Das reicht schon wieder nicht. Nee? Nein. Das ist Day Mode 1 und Bedrockschicken. Hahaha. Nein. Nein, mit dir, Schwert. Ich hab's weggeworfen. Ach, hab's wieder. Ach, ist doch egal. Nee? Und so. Ich versuch das jetzt einfach mal so. Ja, und hier mit Schacht. Oh, kacke. Und selbst wenn der rausliegt, also die erste Phase ist eigentlich eine Bogenphase, ne? Ja. Also ich zieh schon mal mit Bogen. Okay. Okay. Also der Cobblestone wird wahrscheinlich direkt am Anfang schon weggesprengt, ne? Ja. Ja. Oh Mann, ey. Also dann spawn mal. Sommeln wir. Ja, uno momento. Lass uns hier dann so ein Ding reinmachen. So. Geh mal weg. Geh doch mal weg. So. Wie willst du jetzt die Wester-Skelet-Schädel drauf tun? Zeig ich dir gleich. So. Ich muss hier kurz was hinmachen. Ich hab Angst. Kannst du mal Kobbel nehmen und dann gleich hinter mir direkt zumachen hier? Ach. Soll ich nicht einfach die Schädel drauf tun? Hier. Nein, ich mach die selber drauf. Beim ersten passiert ja da nichts, ne? Nee. Und beim zweiten auch nicht. Und beim dritten... Ah! Hilfe. Okay. Nee, noch nicht. Noch nicht. Warum nicht? Noch nicht treffen. Hilfe. Jetzt ums... Ach du Scheiße. Der ist direkt abgekommen, ey. Ich hab dir gesagt, dass der rauskommt, wenn du das zu niedrig machst. Okay. Okay. Wir werden ihn jetzt killen. Wir killen ihn. Wir killen ihn. Komm schon. Oh nein. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Komm hier. Super Swat. Oh, ja. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Boah, der hat ja gut... Ja? Ja. Ich komme, ich komme, ich komme. Das war ja wohl jetzt sehr geil mit dem Obsidian, ey. Nein! Ich komme! Wo ist er? Komm jetzt aber schnell. Ich hab nur noch einen. Hey, er ist um die Wüste geflogen. Genauso wie du. Da ist er. Ich hab ihn getroffen. Ich treffe ihn! Boah, ey. Mein Gott. Ich treffe ihn! Hey, hör auf, mich abzufackeln, ey. Okay, der ist zur Hälfte. Ach, du Scheiße! Oh mein Gott. Okay, der hat mich wieder runtergeschmissen. Ey, super, Pico. Sehr geil. Boah, du bist richtig gut. Ja, wir hätten vielleicht... Und er ist echt tot. Ein Hit noch. Ich will das sehen! Oh Gott, wie geil! Oh, du hast ihn erledigt währenddessen. Ich... Oh, sehr geil, Pico. Geil! Wuhu! Raccoon Play! Never! Yeah, geil! Wuhu! Sehr geil gemacht! Tja. Hat er voll wenig XP nur droppt. Hat er nicht viel XP gedroppt? Level 4, ich bin sein. Oh. Okay, das ist wirklich nicht viel. Naja, das Ding... Wir wollten es mal probieren. So, jetzt machen wir eben hier Ender Dragon und so. Ich bin voll in Fight-Phase. Ja, aber jetzt Ender Dragon direkt? Jetzt Ender Dragon direkt. Und da war doch so ein Wack mit dem Portal. Das nicht geklappt hat. Weißt du noch, im letzten... Da mussten wir uns mit Too Many Items Ender Portal Frames. Ja, aber wir haben noch nicht genug Ender Augen, oder? Äh, Ausrede? Wir haben gemacht, aber ist weggebracht. Ja, ja. Ne, wir haben noch gar keine Ender Augen. Ne, Luan, da müssen wir uns drauf vorbereiten. Also, ich möchte jetzt hier nicht alles ercheaten. Ähm, 3, 6, 9, 12 Endermänner killen dann. Und von denen... Oder, ne, gar nicht wahr. Wir können ja auch nochmal eben die Ender Perlen, die 12 mit, ähm, Dingens machen. Und ich hab jetzt 60 Blaze Powder. Was heißt das, Blaze Powder? Ja, wir brauchen Blaze Powder, um Ender Perlen zu Ender Augen zu machen. Achso, ja, ja. Ja gut, Blaze Powder haben wir ja sowieso. Aber ich meine, wir brauchen Ender Perlen. Ich guck mal eben, ob da hinten in meiner Mobfarm... Wir können Eisen zu Ender Perlen machen. Genau. Aber hier spawnt nichts mehr, weil der René hier wieder ausgeleuchtet hat. Also, ähm... Ja, ich guck mal eben. Was können wir... Eisen oder... Eisen, 4 Eisen durch eine Ender Perle. Okay, ich hab 5 Eisen noch hier. Und du hast ein bisschen... Paar Iron Nuggets, die mach ich mal eben. Ah, guck mal. Bisschen Paar ist gut. Ja. Ne, du kannst das nicht machen. Du musst mir die geben. Du kannst das nicht machen. Gib mir die Sachen. Also, das ist so Iron Nuggets kann ich machen. Ah ja, okay. Sechs Stück. Also sind noch ein paar mehr. Haha. Weiß? Okay, ähm... Ich versuch's. Sechs Stück hab ich? Ja, dann gib mal her. Ja, die Kiste hat die gefressen, hast du gesehen. Warum kriegst du da auch noch eine Ender Perle? Ey, ich hab eine Ender Perle. Ähm... Ich hab drei Ender Perlen. Meins? Mann. So, sechs Iron Ingets noch, sechs Gold Nuggets. Dann gib mal. Ich guck mal eben, ob ich... Du hast doch gesagt, du hättest noch die... Einen Perlen. Ich mach die für Eye of Enders. Ich hab schon ein Eye of Enders. Gib's an mir, bitte. Ich hab... Oh nein, ich hab schon wieder in der falschen Dings rausgeschmissen. Ja, sorry Leute, aber ich muss mich dann in Game Mode 1 versetzen. Und muss mir die Ender Perlen jetzt wieder cheaten. Wie viele waren's? Zwei. Zwei waren's. Bitte? So, weil man nämlich, wenn man hier die Sachen hier aus diesen Dingens hier rauswirft, hat man nichts mehr. Game Mode 0. So, wo bist du? Da. Hier. Oh Mann, ich hab kein Wasser, sonst hätte ich jetzt in Deutsch den Dingsschwert transformiert. Ich hab Wasser. Gib mal die Sachen, bitte. Ja. Hier. Ich spül dich mal kurz weg. Hast du heute schon gewaschen? Äh, nee. Gib mal her. Grazie. Noch mehr? Nein. Oh. Ich geh die schon mal verzehren, die drei Ei auf Ende. Mach das. Oh. Ey. Hier, die. Ah, ist drin, okay. Ja, hier, alle Fans. Ich hab dem Wissen getötet. Ja, nein, ich geb kein Autogramm mehr. Oh, oh. Oh, ein Aufhänger. Oh, komm. Komm. Du bist so süß. Famous, 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 oh. Das hat so behindert geklungen. Ich lizenziere das Stück, weil es nur ein kleiner Teil von mir ist. So. Ansonsten könnten wir einfach hier mit unserer YouTube Money und so hier Lozenzen holen. Die ist schon verplant. Mit YouTube Money. Was heißt hier mit unserer? Seit wann bist du YouTuber? Ja, ich bin hier Haupt-Joga des Kanals. Ach so. Wolltest du noch vier Enderperlen haben? Ja, gerne. Bitteschön. So, meine Lieben, wir verabschieden uns aber jetzt von euch. Nächste Folge werden wir dann auf jeden Fall nochmal ins End müssen. Ja, ins End. Vielleicht. Wer weiß. Wie viele Enderperlen haben wir jetzt? Sieb Ender-Augen und wir brauchen noch fünf. Okay, wir brauchen noch fünf. Das heißt für uns, wir müssen in Nether und Gold farmen in der Hoffnung, dass wir noch einen Goldbarren bekommen, dann noch 20 Eisen und dann, ja, können wir den letzten Rest eigentlich machen. Den Wither haben wir heute besiegt, beziehungsweise der Luan, der hat den besiegt. Finde ich sehr cool. Ich habe immer noch den Nether-Style im Inventar. Ja, sehr cool. So, und dann haben wir nämlich das letzte Item für unseren Gnoll-Boss, für die allerletzte epischste Quest und ja, dann können wir rüber und können uns die ganzen Charts zusammenfahren. Das wird auch auf jeden Fall nochmal eine spannende Aktion. Vielleicht ist der Raccoon-Play mit am Start. Mal gucken. Was sagst du? Du bist herzlich eingeladen, in die anderen Welten mitzukommen und Strip-Mining zu machen. Naja, falls ein Erdscher da ist, tust du mir eine Dump machen, okay? Okay. Dump of Earth. Ja. Alles klar, meine Lieben, bis dann. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss. Und ich habe dir ein Wissler getötet.